Die Nasenkorrektur und OP ist zwar eine der häufigsten Behandlungen, die wir hier durchführen, sicherlich auch die häufigste nicht operative Behandlung, allerdings muss hier vieles beachtet werden, gerade bei dieser Patientin, die ja deutliche Schwierigkeiten mit der Nase hat. Die Nase ist schon vormals behandelt worden und hat auch eine sehr problematische Struktur und die Behandlung allerdings hier, das ist mittlerweile die zweite Behandlung, sieht schon perfekt beinahe aus, der Nasenrücken ist schon beinahe perfekt, die war vorher natürlich nicht so und auch die Nasenspitze, die vorher gar nicht vorhanden war, zeigt jetzt eine Ausprägung und die Patientin sieht das gerade im Spiegel. Natürlich freut sie sich und wir freuen uns natürlich mit der Patientin ebenfalls.